genau bei mir ist einer seine schritte ein habe ich hatte eine mosin ist meine mosin einer ist tot kann ich jetzt nicht markieren ich bin am pushen da irgendwo an den bäumen an den zeugen an den bäumen kann ich nicht markieren weil da eisenbahnbrücke und er liegt auch noch da die gucken ja die wissen dass wir hier sind ich habe keine ahnung wo der zweite ist ich muss mal ganz schnell weg hier der andere hat von mir auch ein treffer kassiert ja vorsichtig sind jetzt weiter da auf der mauer die gehen wieder zurück zum randell die pushen wer war einer ist tot der da ist nachladen ich sehe ihn er läuft weiter nach hinten wieder da treffen ich muss nachladen ein der ich habe ihn einmal angeschossen habe ihn liegt hier tot einer liegt hier tot er hat eine schrotflinte von hinten kommt der andere oder doch nicht kommt was geschlungen kommt noch was hier vorne liegt direkt ein buddy hier um die tür hast du eine brandbombe jetzt nicht mehr schade und hier links sein ganz hinten durch ich beschäftige ihn hier einfach er hat mich gesehen habe ich einmal angeschossen er ist ich habe ihn einmal noch nachladen du kannst ihn pusten er beachtet nicht das gleiche vorne melke habe ihn alter und gewechselt nach weiter rechts brand money vorsicht ist bei mir ist bei mir genau genau hinter diesen hügel hier ich habe daneben geschossen wird genau auf dem hügel drauf hilfe geh weg pfeffer tot scheiße hast du das gehört ich wollte gerade sagen das andere war auf jeden fall ein komischer armbrot das hat hängen gemacht habe ein der andere nach rechts gelaufen das ist irgendwo rechts an der wand offen doch bluten wasser exklusiv bolzen genau hinterm haus weit shirt habe ihn getroffen er blutet er rennt weg einer ist tot der andere hat mich gesehen ist im schilf hinter dem schiff ich treffe ihn möchte ich den daran die straße entlang wo ist der kleine mutter fucker ab ihn lebt noch aber wir haben uns gegenseitig getradet dass das einer ist draußen ist das die wetter lieben sein schwester sagen wenn es ein schildempfer ist hat gut damit gemacht einer ist hier habe eingetroffen die pusten hier von der seite dann hinter diesen felsen oder so ein habe ich einer ist hier unten wurschen würde ich sagen wenn schon dabei der ist hier hinter dem zaun ich habe ihn einmal getroffen aber die haben die vision die wissen dass ich hier gleich um ecke sitz einer ist tot der ist weit der ist steine ecke kill ihn nicht ich habe ihn erwischt nein du hast ihn gekillt gut gut ich habe den einen gemacht du hast den anderen gemacht ja die munition nehme ich mit besten dank und du bist ein fucking white shirt by the way ne jetzt wissen die anderen dass wir hier sind da hinten ich sehe ich einmal geradeaus durch einer kommt näher ich sehe ihn dann zwei er war klar ich sehe ihn nicht das heißt ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht hier wäre es ein bisschen hat aushebeln aber du musst ja nur mit einem aufgeladenen schlag treffen er hat einen kumpel oder da du kannst dich wiederbeleben er ist bei mir genau vor mir ein habe ich habe ihn fast zurück ins gebäude erwischt ich habe einen erwischt ich habe auch eine weg 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 der hier vorne ist erwischt oh mein gott er lebt noch hab ihn aus elf metern ja zwölf meter reichweite ich konnte nur seinen kopf wir haben nicht seinen kopf getroffen gleich hier vorne habe ich gerade jemand nahkampf gehört habe eingetroffen habe eingetötet da hinter dem zaun das ist ja zu den gebäuden da hinten irgendwo ich glaube am zaun oder auf der straße ich habe weiter links ja ich habe ihn hier gesehen in der richtung okay das glaube ich an den häusern entlang vielleicht sogar in die häuser rein sein buddy liegt auf jeden fall tot hier auf dem boden er ist wieder hier habe ihn der hatte nur trash den hat er nicht gut gesteckt einer ist tot der andere nach oben weggelaufen da oben hin treffer ist tot ja auch gut nimm das bounty und rennen du hast einen schuss ich hasse das das ist richtig unnustig richtig unnustig sag ich dir ja ich ziehe sie miste rennt zu viel wird er sich nicht bewegen kommt man ihm töten jetzt da recht lang gesprungen ab 1 das war ein sauberer headshot ich mag es dass die mitte klar ist du außen rum so ein bisschen verschwommen hast aber immer noch genug siehst um was zu identifizieren da war dein kopf hab ihn schon wieder hinter dem metallblech dahinter ja ich lad nach einer tot ja der andere ist hier im feld ich pushe doch nicht ins feld hivebombe habe ich ist jetzt im feld drin gleich vor uns hat schrotflinte hab ihn getroffen ja Bis zum nächsten Mal.